Wir gehen davon aus, dass er bei uns bleibt und das wäre super für uns. Wir wissen, was wir an ihm haben, wir wissen, wie wichtig er für die Mannschaft ist am Platz, außerhalb vom Platz. Und er hat die Jahre hier in München gezeigt, dass er ein Weltklasse-Verteidiger ist, zu den Besten gehört auf dieser Position und das wäre sicherlich sehr, sehr schade für ihn selber. Es ist natürlich sehr, sehr bitter und er hat eine sehr gute Vorbereitung hinter sich und wenn so etwas im ersten Spiel gleich passiert, ist es nie schöner. Aber ich bin mir da sicher, dass er dann noch stärker zurückkommt, weil er einfach ein Weltklasse-Spieler ist und wirklich sehr, sehr viel Potenzial hat. Für uns ist es auch natürlich sehr bitter, wenn so ein Spieler ausfällt oder ausscheidet. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns in unseren Reihen und wir hoffen natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Wir haben nur Weltklasse-Spieler in unseren Reihen. Ich denke, dass wir sicherlich auch diese Verletzung kompensieren können. Das wird sicherlich unser Ziel sein. Was die Verantwortlichen da machen, das liegt nicht in unserem Land. Ach so, herrscht-Spieler ist damit gesagt. Daher ist er noch nicht möglich. Wir haben nur noch einen Studen. Vielen Dank.